Und du musst die Höhlenkorps fangen. Was spielst du? GTA. Echt? Ja. Aber das... Du bist falsch rum. Nein. Ich saß... Was ist das? Was ist das? Ich bin das. Wie? Was ist das? Was machst du da? Scheiße, Mann. Alter, was machst du da? Ein ganz normaler Samstag, ne? Ja. Mein Lautes ist richtig rein, Stefan. Ich hab aber keine nase Brille. Ich hab aber das hier. Tschönen guten Tag. Vielen Dank. Jetzt kannst du reinkommen. Ich hab eine Überraschung für dich. Tschönen guten Tag. Tschönen guten Tag. Ist das dein Scheißherr? Kannst du wieder fahren, tschüss? Und vorsichtig, wieder im Block zu sein? Ja. Jetzt bin ich wieder da. Du bist wieder da. Seit fast ein Jahr. Ich bin schon wieder da. Das ganz sicher. Tschönen guten Tag. Wir machen jetzt hier das Dach ein bisschen höher. Dann kann man hier endlich mal richtig... ...stehen kann, wollte ich sagen. Und sich nicht in den Kopf stößt dabei. Ich werde jetzt auch ein Fitness-Influencer aus. Wir zeigen jetzt meinen Workout. Wir fangen erstmal an mit ungefähr acht Stunden davon. Wenn er aber braucht ein kleines bisschen weniger Stunden. Ich führe richtig, kann man da so los. Du hast den Bock zu sein jetzt? Sau gehypt. Sau gehypt. Nice. Du bist Teilzeit-Vegetarier, habe ich gehört? Teilzeit, ja. Teilzeit-Vegetarier, ja. Gut. Okay. Hast du noch eine Idee, was man machen kann? Was spannendes? Ja, guten Tag. Du gibst mir deine Vlog-Kamera. Dann gehst du über diesen Zaun drüber. Und du bist extrem wie scharf. Das ist super content. Dann guckst du die Reaktion. Die Reaktion, was? Die Reaktion von mir, klar. Die haben alles super abgemailt, haben die. Okay, TikTok. Ich bin nämlich jetzt auf TikTok. Krass. Ich hab jetzt die Lampe eingeschleppt, um die anzumachen, damit hier nicht so ein Schatten ist, damit der Effekt da bleibt. Aufgenommen, funktioniert, alles super. Dann hab ich gemerkt, dass die Lampe einfach nicht angemacht hab. Wir haben bei meinem Opa einen Pavillon aufgebaut. Mit Boden. Und da ist ein Hund. Scheiße, Mann. Ich mach wieder rein. Ich mach wieder rein. Ah, fuck. Hust wieder rein, okay. So, jetzt hältst du. Ach, scheiße. Wieso wackelst du denn da ran? Also, ich hab jetzt hier oben in der Hand 25 Euro. Richtig viel Kohle. Und auch ein bisschen Geld. Du, warum? Ich hab da oben erst das Geld. Fick dich, Jonas. Ich weiß nicht, warum ich das grad wirklich hinter dir mache, also. Was hast du die Chance hast? 25 Euro? Du, wenn, Mann. Du hast gesagt, wir tun nur so, als würde ich nicht gewinnen. Ja, ich weiß. Ja, merkt hier oben. 25 Euro. Du musst die Höhenkopf fangen. Schönen guten Tag. Ich bin auf dem Weg zum Praktikum. Tag, Leute. Ich geh jetzt zum Friseur. Bist du bereit? Mhm. Frag ich 10 oder warf ich's einfach so? Ich hab aus Visier auf deine Wand gespruckt. Du, woher soll? 3. 2. 1. Klaus. Ha! Muss ich mich auch noch hin? Hast du dir geklaut? Du musst dich hinstellen. Wie gut der Fall. Den scheiß Kopf dagegen hauen. Und so. Ich hab verkackt. Tut mir leid. 3. 2. 1. Habe ich's gefreut? Habe ich nicht. Au! Ich bin jetzt hier seit... Keine Ahnung, wann. Aber schon noch ein bisschen länger. Hier bin ich jetzt. Bin ich jetzt. Hier bin ich. Bin ich jetzt. Ich hab mir nicht aufgegeben, hier rauszukommen. Weil, wenn ich erst im Zimmer rauskomme, muss ich noch ganz raus. Dann muss ich nach Hause. Dann war ich ganz nackt für so eine Fernsehshow oder so. Ist das so die erste Staffel? Wann es mal rauskommen? Zweite Staffel nach Hause suchen. Nur leider ist es halt keine Fernsehserie hier, sondern das echte Leben. Kann man nix machen. Hier ist ja kein Schloss dran. Kein Schlüssel. Wird einfach nicht. Ich muss einfach draufdrücken und auf die scheiß Tür klingeln, ob die Tür aufgeht. Scheiß, bin ich dumm. Ich kann auch tun. Das ist ja anders. Stopp. Hier sind noch mehr Vlogs und hier ist noch ein anderes Video. Das kannst du dir angucken, indem du draufklickst. Und dann kommst du dahin. Das ist super. Das ist ne super Sache. Das ist echt ne super Sache. Schönen Tag noch mehr. Das ist ja noch mehr. Schönen Tag noch mehr.